Hallo und willkommen bei Outwell. Heute mit den Eigenschaften und Merkmalen unseres Rockwell 3 aus unserer Privilege-Kollektion. Rockwell 3 ist eine sehr sehr kompakte, aber trotzdem im Vorraum großzügig geschnittene Variante. Die Eigenschaften werden wir uns nach und nach nun anschauen. Das Außenzeltmaterial unseres Rockwell 3 besteht aus einem OutTex 4000, bedeutet also es hat eine Wassersäule von 4000 Millimetern. In Verbindung mit den komplett vertebten Nähten, die wir an unserem Zelt haben, ist dieses Zelt absolut wasserdicht. Als Gestänge verwenden wir ein Duratec Fiberglasgestänge. Es ist also ein Fiberglasgestänge, was zusätzlich Gewebe umwandelt ist, um es einfach bruchstabiler zu machen. Unsere Gestänge sind zusätzlich farblich markiert, um beim Aufbau keine Verwechslung der jeweiligen Gestängekanäle festzustellen. Wir können also ganz einfach hier die jeweiligen Kanäle verwenden. Um einen zusätzlichen ordentlichen Stand, gerade auch bei widrigen Witterungen, ganz sicherstellen zu können, haben wir unser Windstabilizer-System an allen Gestängen. Es ist also ein zusätzliches Material am Außenzelt, welches wir ganz einfach um die jeweiligen Gestänge bewegen können und mit einem Klettband fixieren. Somit können wir also Außenzelt und Gestänge miteinander verbinden und einen sehr, sehr robusten Stand nochmal gerade bei Wind sicherstellen. Gehen wir einen Schritt zurück, gerade im seitlichen Bereich, sowohl auf dieser Seite als auch auf der anderen Seite und auch der Front des Zeltes, was wir später noch anschauen werden, haben wir sehr, sehr große Fenster, in denen wir ganz viel Licht ins Innere des Vorraums bekommen. Direkt oben drüber finden wir unser neues Aerofactive Ventilation System, also einen sehr, sehr großen Lüfter, den wir hier unten sehen. Eine große Lüftungsmöglichkeit, die mit einem Moskitonetz verschlossen ist, sodass auch keine kleineren Insekten ins Innere des Zeltes kommen können. Bevor wir uns nun die Front und das Innere unseres Zeltes anschauen, möchten wir auch nochmal ganz klar auf unsere Luminous Skylines hinweisen, auf unsere neonfarbenen Abspannleinen, die natürlich gerade bei Nacht sehr, sehr gut gesehen werden können. Um diese dann auch fein säuberlich beim Abbau wieder zusammenpacken zu können, haben wir hier kleinere Schlaufen, wo wir die Abspannleinen einwickeln können und ganz einfach hier verstauen können. Gehen wir nun zur Front. Gerade hier eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft für das Zelt. Wir haben eine sehr, sehr gerade geschnittene Wand, somit verlieren wir im Innenraum überhaupt gar keinen Platz und können den Raum optimal nutzen. Um den Eingang dann aber regendicht zu gestalten, im Falle eines Nieselregens oder eines stärkeren Regens, haben wir vorne ein Vordach vor dem Eingang, so dass wir ganz trocken ins Innere des Zeltes gelangen können. Bevor wir uns die Merkmale innen anschauen, auch hier sehen wir in der Front sehr, sehr große Fenster auf den Seiten, so dass wir wieder für ein angenehmes Licht im Inneren sorgen können. Die große Fronttür kann auch separat und einzeln nur mit einem Moskitonetz verschlossen werden, so dass wir gerade im inneren Bereich und mit den seitlichen Lüftungsmöglichkeiten, die wir gerade gezeigt haben, für eine gute Luftzufuhr sorgen. Schauen wir innen. Im Innenbereich unseres Drei-Personen-Zeltes bietet sich trotzdem genügend Möglichkeit, um hier einen Tisch, ein paar Möbel abzustellen. Eine sehr, sehr schöne Variante, um Gepäck abzulegen. Die Seiten, wie wir jetzt von innen sehen können, sind wirklich sehr, sehr lichtdurchflutet, indem wir sehr, sehr große Fenster haben, wie vorhin bereits besprochen. Diese können wir ganz einfach mit Vorhängen verschließen. Diese lassen sich einfach nach oben rollen und an den Seiten entweder halb oder ganz verschließen, je nachdem, wie ich das möchte. Oben drüber nochmal unsere Lüftungsmöglichkeiten, die wir auf beiden Seiten des Zeltes haben. Um auch den Vorraum ordentlich beleuchten zu können, haben wir hier oben, was Sie jetzt gerade nicht sehen können, einen Aufhängungspunkt für eine Lampe. Seitlich gehen dann weitere kleine Schlaufen weg, so dass wir auch das Kabel ordentlich verstauen können. Um dann auch Strom zu bekommen, haben wir ganz einfach hier eine kleine Tasche mit einem Reißverschluss, um das Stromkabel nach außen oder nach innen zu befördern. Wenn wir gerade hier unten sind, sprechen wir über den Boden. Wir sprechen hier über einen wannenförmigen Fußboden, den wir haben. Das bedeutet, das Außenzelt ist mit dem Boden verbunden. Wir haben hier einen zu 100 Prozent Polyethylenboden, der eine Wassersäule von 10.000 Millimeter hat. Er ist also sehr, sehr robust und absolut wasserdicht. Wichtig, diese Wannenform des Bodens oder dieses Verbinden mit dem Außenzelt ist, damit gerade im Falle eines Regens auch kein Wasser in den Innenraum gelangen kann und in Verbindung mit Türen und Moskitonetzen natürlich auch keine kleineren Insekten. Kommen wir zur Innenkabine unseres Zeltes. Auch hier kann man auf der Rückseite wieder sehr, sehr schön sehen, dass wir ein großes Moskitonetz eingearbeitet haben, um hier zusätzliche Belüftungen möglich zu machen. Auf der rechten Seite sehen wir weitere Taschen, bei denen einfach Kleinigkeiten verstaut werden können. Das war es grundsätzlich mit den Eigenschaften und Merkmalen für unser Zelt. Allerdings haben wir auch für unser Rockwell 3 noch optionales Zubehör. Einen Zeltteppich, der passend für den Wohninnenraum ist, um einfach mehr Komfort zu schaffen. Eine Zeltunterlage, die komplett unter das Zelt gehört, um den eigentlichen Zeltboden zu schützen. Ich hoffe, wir konnten mit den Eigenschaften und den Merkmalen für unser Rockwell 3 aus der Privilege-Kollektion etwas weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.